Hallo zusammen, mein Name ist Carlos Mäder und ich fahre für Ghana-Ski. Ich darf im Februar an die Weltmeisterschaften auf Aare, Schweden reisen und werde dort im Reiseslalom und im Slalom teilnehmen. Das Ganze kostet natürlich etwas. Und da ich kein Verband im Rücken habe, bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Es wäre mega cool, wenn ihr mich unterstützen könntet. Mit unserem Projekt unterstützen wir auch Hope for Ghana, ein Kinderhilfsprojekt in Ghana. Und wir werden 10% von jedem Betrag, den wir bekommen, an das Kinderhilfsprojekt spenden. Wir durften dort im letzten Jahr schon einen Betrag überweisen. Und mit diesem Betrag hat Hope for Ghana jetzt auch die erste eigene Schule eröffnet. Also, es wäre mega cool. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen könntet. Und ich danke allen schon im Voraus. Merci. Danke.